An das Bewerbungsgespräch erinnere ich mich ganz genau. Es war locker und in einer angenehmen Atmosphäre. Für mich als Lehrling gab es damals einen Aufnahmetest. Danach wurden wir eingeladen zu einem Schnuppertag mit anschließendem Gespräch mit dem Lehrlingsverantwortlichen und dem Personalchef. Es war alles ganz locker und ehrlich und nett. Die Zeit ist sehr schnell verronnen in dem Gespräch. Ich war sehr positiv überzeugt. Ich habe mich davor schon über das Unternehmen informiert. Besonders gut hat mir gefallen, dass das eben ein internationales Unternehmen ist. Als Tipp für zukünftige Bewerber würde ich sagen, einfach locker bleiben, ehrlich, natürlich, so wie man ist. Mir ist ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass eine ehrliche Person mir gegenüber sitzt, die natürlich eine Fachkompetenz hat, aber auch manchmal auch sehr kommunikativ ist, teamfähig ist, auch aber kritikfähig ist. Das sind so für mich die Soft Skills, die ein Bewerber haben sollte. Bis zum nächsten Mal. – » Untertitelung des ZDF, 2020